Die Chalukir waren eine indische Dynastie, die ca. 550 bis 757 und ca. 973-1190 im nordwestlichen Dekan regierte. Sie hatte auch einen selbstständigen Ableger, die östlichen Chalukir. Geschichte Das frühe Chalukir-Reich in Vatab-i Die Chalukir waren ursprünglich Vasallen der Kadambas gewesen. Ihr Reich wurde von Pula-Keschini, um 550 auf Kosten der Kadambas und Kalachuris gegründet. Die erste Hauptstadt war Aihole mit zahlreichen Tempeln, aber unter Pula-Keschini, wurde das fast uneinnehmbare Vatab-i zur Hauptstadt gemacht. Seine Nachfolger Kirtiwaman I. und Mangalschi dehnten das Reich im späten 6. Jahrhundert über große Teile Karnatakas aus. Pula-Keschini II. stoppte 630 die Eroberungen des Harsha-Wadhana von Kanaoi und schloss einen Vertrag mit ihm. Der Pala-König Mandra-Waman wurde auf seine Hauptstadt zurückgedrängt. Anschließend setzte Pula-Keschini seinen Bruder Vishnu-Wadhana als ersten Vizekönig der östlichen Chalukir in Vangibai-Bizwada ein. Das war zu viel. Ein General des nachfolgenden Palawa-Königs Narasim Havaman belagerte ihn 642 in Vatapi und Pula-Keschini II. wurde getötet. Pula-Keschini II. tauschte auch Gesandtschaften mit dem Persascha Kusrau II., die in Ajata bildlich dargestellt sind. Der chinesische Pilgermönch Xunzang berichtet von maßlosem Prunk, von dem Trunk ergebenen Berufssoldaten und von Elefanten, die mittels Alkohol toll gemacht wurden. Wie Kamaditya I., der Sohn Pula-Keschins II., stellte das Reich nach einem schwierigen Jahrzehnt wieder her und eroberte angeblich 674 sogar die Palawa-Hauptstadt Kanshipuram. Während die Palawa drei Siege erwähnen, er und sein Nachfolger Vinayaditya dehnten ihr Gebiet im Norden über Gujarat und im Süden bis Mysore aus. Auch wie Kamaditya II. eroberte 740 Kanshipuram und ließ gleich zwei Tempel errichten. Er wurde jedoch beschäftigt mit Palawas und Reshtrakuta, 736 von dem Eroberal Alitaditya aus Kaschmir überrannt. Sein Sohn Kirtiwaman II. erlebte zwar den Abzug Alitaditya, wurde jedoch von dem Reshtrakuta Dantidurga überrumpelt besiegt und 757 endgültig von diesen gestürzt. Tempelbauten, die westlichen Schalukje hinterließen Höhlen-Tempel sowie freistehende Tempelbauten. Es gab Wechselwirkungen mit der Kunst der Palawa, nicht zuletzt weil die Künstler bei Eroberungen übernommen wurden. Die spätere Architektur der Reshtrakuta beruht dagegen lediglich auf der Kunst der Chalukje-Zeit, das späte Chalukje-Reich in Kalyani. 973 wurde der Neffe des letzten großen Reshtrakuta-Königs Krishna III. Durch dessen bevorzugten Gouverneur einen Nachkommen der Chalukje gestürzt, der als König Tejelope Ahavamala das Chalukje-Reich wiederherstellte. Tejelope drängte auch die Paramara zurück und tötete 995 deren König Vakpatiraya II. Munya, die Hauptstadt, wurde zu einem unklaren Zeitpunkt von Manyaketa nach Kalyani verlegt und von Samsvara I. ausgebaut. Trotzdem blieb es zunächst ein Hin und Her von Kriegen gegen die aufstrebenden Paramara und Kola. Der Paramara-Boja konnte nur mithilfe der Chandilla und der Solanki geschlagen und seine Hauptstadt Dara in Malwa erobert werden. Gegen die Kola hatten die Chalukje einen schwereren Stand. Diese drängen mehrfach bis zu den Westgards vor und zerstörten unter Ryan III sogar die Hauptstadt. Dann drehte sich bei Kopam ein 1052 dk-Sekunden-Blatt um. Die Kola-Rayon-Dirayas erlitten eine Niederlage gegen die Chalukje des Königs Samsvara I., Ahavamala. Eigentlich war die Schlacht für die Chalukje verloren gewesen, aber der Tod des Kola-Königs wandelte sie nachträglich in einen Sieg um. Das späte Chalukje-Reich erlebte seinen Höhepunkt unter Vikramaditya II., BAUI, der sich eine Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und kultureller Pluspunkte auf die Fahnen schreiben konnte. Hervorgehoben wird unter anderem die Rolle der Frauen zu seiner Zeit, die Disziplin seiner Armee, seine Siege gegen die Kola und die rebellischen Häusaller, seine Sorgfalt in der Verwaltung, allgemeiner Wohlstand und Schutz der Künste. Bald nach dem Tod Vikramaditya II., BAUI, zerfiel das Reich. Unter Yaga de Kamala und Tela III. begannen sich die Vasallen selbstständig zu machen, konkret die Häusalas, die Yadavas von Devagiri und die Kakatiyas von Varangal, und ein General namens Bijala Kalachuri ursoppierte den Thron. Thailas' Sohn Samshwara IV., wurde nur noch durch den General Brahma gehalten und versuchte das Reich ab 1183 wiederherzustellen, aber nach dem Tod der beiden erlosch es. Tempelbauten In einigen Ortschaften in der Umgebung von Hublidawad sind mehrere Minus in Europa weitgehend unbekannte Minus-Tempel aus der späten Chalukje-Zeit. Erhalten, Gadak, Lakundi, Dambala, Anigiri, Itegi, Kuknur, Lakshmeswar, Bankapura, Hirikau unter anderem die östlichen Chalukje in Venji. Der Chalukje Pula Kershin II. setzte nach seinen Erfolgen gegen die Palavar seinen Bruder Vishnu Vardana als ersten Vizekönig der östlichen Chalukje in Venji bei Bitsvada ein. Diese Nebenlinie verselbstständigte sich bald. Nach der Übernahme des frühen Chalukje-Reiches durch die Restrakuta 757 repräsentierten sie in Venji diese Dynastie. Als die Nachkommenschaft des Kola-Königs Rayendra ausstab, kam 1070 mit Kulottung Ai, ein Prinz der östlichen Chalukje im Kolarreich an die Macht, da seine Mutter eine Kolar war. Er regierte erfolgreich, seine Erben hielten sich dort bis zum Untergang des Kola-Reiches, während Venji selbst bald an Rivalen fiel. Tempelbauten, auch die östlichen Chalukju-Ans schufen freistehende Tempelbauten in Alampur und Umgebung. Liste der Chalukje-Könige Chalukju-Ans von Vatapi, Badami-Jeya-Simha, Rana-Raga Palaixai I. Kirti-Waman I. Mangal-Isa Palaixai II. Vikramaditya I. Finayaditya Viyayaditya Vikramaditya II. Kirti-Waman II. Chalukju-Ans von Kalyani-Teilupe-Aha-Vamala Satyasraya Iriva-Bedanga Vikramaditya I. Ayana Jeya-Simha Samsvara I. Samsvara II. Vikramaditya II. Samsvara III. Jagade-Kamala Teilupe Samsvara IV. Punkt. Östliche Chalukju-Ans von Vengi-Kopya Vishnu-Vadana Jeya-Simha I. Indra Bhattaraka Vishnu-Vadana II. Mangi-Juvara I. Jeya-Simha II. Vishnu-Vadana III. Viyayaditya I. Vishnu-Vadana IV. Viyayaditya II. Vishnu-Vadana V. Viyayaditya III. Chalukju-Behima I. Viyayaditya IV. Amai Vikramaditya II. Jodhamala II. Chalukju-Behima II. Amai II. Danamava. Yata-Choda-Behima. Saktivamani V. Vimaladitya. Raya-Raya-Narondra. Saktivamani II. Viyayaditya VII.